Salut, bienvenue mis ami, hier ist wieder Kulles Filmwelt und ich wollte jetzt eigentlich nur mal kurz eine Ankündigung machen, dass es nämlich heute auch wieder einen Livestream mit Kulle, also mir, geben wird. Allerdings dieses Mal nicht auf Kulles Filmwelt, sondern heute auf meinem 2. Channel Kulles Talk im Music Lounge. Ich habe mir dazu einen ganz besonderen lieben YouTube-Kollegen als Gast eingeladen, der ein sehr bewegtes, sehr interessantes Leben hat und da ich das weiß, habe ich ihn gefragt, würdest du gerne mit mir vielleicht auf meinem 2. Channel darüber sprechen wollen? Er hat gesagt, ja Kull, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, darüber zu sprechen, worüber gesprochen wird. Verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das soll ein bisschen spannend bleiben. Allerdings ist das schon ein sehr krasses Thema, wenn ihr jetzt auch schon den Titel erfahrt von mir, dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist wirklich ein sehr, ja, heikles Thema, aber sehr interessant, wie gesagt. Seid dabei bitte, ich spreche mit meinem Talkgast Lutzlos von 5 nach 12, vom YouTube-Channel 5 nach 12, heute ab 18 Uhr auf Kulles Talk im Music Lounge über dieses Thema. Wir, Lutzlos und ich, würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr ab 18 Uhr auf Kulles Talk im Music Lounge dabei seid und uns tatkräftig dabei unterstützt. Bis dahin sage ich, salut, abonntum esami, eure Kulle.